ein freunde und herzlich willkommen zum nächsten zum nächsten video auf meinem channel auf diesem channel auf meinem channel ihr wisst was ich meine und zwar habe ich hier eine sache die hatte ich ich glaube in einem afghanischen laden oder so gekauft ich weiß gar nicht mehr wo ich es gekauft habe auf jeden fall scheint es aus syrien zu kommen und es steht drauf mandarin sparkling veneto food flavor drink sieht man jetzt nicht so gut also bleibt dran gut gut flavor drink jetzt stehen da keinerlei nährangaben drauf carbonated beverage raspberry flavor ok weil hier steht hier steht food flavor drink mandarin wird ein kurzes review weil also viel ist dazu nicht zu sagen hier sind ganz doll billigen links hat es hier ich würde sagen öffnen wir mal habt ihr das gehört und das ist so wie bei den alten dosen da hast du hier diesen schnuddel das ist bei ganz ganz alten dosen ist das so und offensichtlich ist es in syrien so riecht gut es riecht sehr sehr gut also das riecht ein bisschen cremig ich würde sagen schenken wir ein also mit raspberry ist da nicht zu viel gesagt und ich würde sagen finde ich irgendwie gut finde ich jetzt irgendwie irgendwie sehr gut wappelt sind auch am start ja ich würde sagen das ist das einzige was ich davon gefunden habe ich würde sagen das design ist einfach gehalten das ist aber funktional gibt es mit dem becher das ist auch ein bisschen scharfkantig finde ich drei von fünf möglichen stern vom design wobei dieses rot hier fast blut mäßig ist ist okay hat ein geschmack wie das schmeckt wie flüssiger lutscher also ich wie gesagt es stehen kann nehmenangaben drin aber das hat bestimmt ordentlich zucker ja also da ist mehr als ordentlich sogar drin und es schmeckt wie ein flüssiger raspberry was ist aber wie ein raspberry lutscher in flüssig so könnte ich mir das vorstellen total süß und total sparky ist das also es ist erfrischend das ist geschmeckt leicht cremig es schmeckt süß ich finde es ganz gut es könnte eine kleine idee besser sein darum gibt es von geschmack vier sterne das ist mal ach so ja es ist keine werbung weil ich kaufe mir ich habe mir das selber gekauft leider weiß ich nicht mehr wo ich es gekauft habe aber ich habe es mir selbst gekauft ich habe selbst getrunken es ist kein fand am start warum auch immer in deutschland ist es ja mittlerweile naja das ist mal wieder die gelegenheit lasst ein like da lassen kommentar da und lasst ein abo da vor allen dingen ich versuche getränke aus aller welt zu testen das ist genau mein ding und deswegen musste ich das jetzt auch mal testen ja dann würde ich sagen das war eine kurze review das war es mal wieder für heute bleibt mir treu ihr macht das sehr sehr gut es kommen noch viel mehr videos ich habe immer grund video rauszuhauen ich würde sagen bis demnächst gute fahrt jungs und mädels und tschüss bis zum nächsten Mal